Mmmmm, Mädel, Leute, Serplin hier. Heute geht es mal um eine Sache, die mich relativ stark verwirrt und zwar, ja, die Amis haben aus irgendeinem Grund angefangen wegen Powerfucking-Nummer-Aufnahmen zu denken, dass jetzt irgendwie Aliens existieren oder zumindest irgendwie was von uns wollen. Das sind halt ein paar fucking nochmal, ja, Aufnahmen von irgendwelchen randomen Flugobjekten, die irgendwie von der fucking nochmal Navy oder so kommen, ne? Das sind einfach nur Dudes, die gerade in der Luft rumfliegen, ne? Und dann ist da halt irgendwas, was, keine Ahnung, sehr schnell ist, ne? Das ist irgendein unidentifiziertes Flugobjekt. Also, was machen die Amerikaner? Genau, anstatt es irgendwie nachdenken, hm, könnte da irgendwie vielleicht, keine Ahnung, was Logisches dahinter sein, irgendein fucking nochmal Testflug von irgendeinem neuen, keine Ahnung, Jet oder so eine Scheiße, könnte es irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fucking nochmal irgendeine fucking erklärbarere Sache sein, irgendwelche fucking nochmal neuen Versuche mit irgendwie Beschleunigung von irgendwas, irgendein so eine Scheiße halt, ne? So normale Sachen, die menschlich sind. Nein, die Amis gehen natürlich direkt wieder auf Aliens, ne? Die Amis gehen direkt wieder auf Aliens. Das ist so die wahrscheinlich amerikanischste Sache, die man machen kann. Einfach fucking nochmal, hier ist ein Problem, oder hier ist eine Sache, hier sind zwei Sachen, die du machen kannst. Entweder du nimmst die komplett normale, rationale Sache, die absolut, naja, fucking nochmal wahrscheinlich erklärbar ist, oder du gehst direkt einfach die drei extra Schritte und machst einfach einen auf Verschwörungstheoretiker-Type-Beat-Shirt und, ja, das muss auf jeden Fall auf Aliens hindeuten, ne? Es gibt ja keine rationale Erklärung dafür, warum etwas schnell im fucking nochmal Orbit fliegt oder in der fucking Luft, ne? So, keine Ahnung, irgendwie Jet-Test oder irgendwie sowas, obwohl unser fucking nochmal, naja, unser Staat irgendwie die Hälfte seiner fucking nochmal Gelder in fucking nochmal Militär steckt. Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Es müssten definitiv kleine grüne Männchen von Mars sein. So, das ist auch so eine seltsame Sache an den Amis. Hey, wir haben hier eine sehr wahrscheinlich einfach zu erklärende Sache. Lasst uns einfach über kleine grüne Männchen drüber nachdenken, ob die es vielleicht sein können. So, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Aber hey, ich weiß auch nicht, was ich mit diesem Video eigentlich erreichen will, aber danke fürs Zuhören. Denkt dran, der abonniert mich, dislike mich, entweder mit dieser verfickte Glocke und jetzt, drunter vom Rasenilfohrensöhne, nja. Bis zum nächsten Mal.